Gemeinschaften, miteinander auskommen, zusammenarbeiten, Gemeinsamkeit entwickeln und wie wir den anderen in uns hereinnehmen und zum Teil unserer Identität machen. Da kann ich nur, als Fußnote, mich an ein altes Sprichwort erinnern, sag mir, mit wem du redest, wer dein Freund ist und ich sag dir, wer du bist. Aber wer du bist, das heißt, du kannst viel allein sein. Auch wenn du viele verschiedene Freunde hast, dann bist du nicht nur eins. Und die Kärntner Sowenen, hier bei Moja Koroschka, wo ist meine Kärntnerin? Die Kärntner Sowenen haben ihm dieses wunderbare Sprichwort, sag mir, wie Sprachen du sprichst. Und ich sag dir, wie oft man ein Mensch sprichst. Okay, zurück zum High Level Time. Die Generalversammlung bekommt dann von dem Kärntner einen Bericht vorgelegt. Ja.